Ja, Freunde, willkommen bei V-Doc, meine neue Duscharmatur. Sekunde, ich zeige euch das mal. Sieht das nicht ästhetisch aus? Das muss ich doch gleich mal testen. Ah, ganz. Ausziehen, warum soll ich mich ausziehen? In Klawatten hat das doch viel mehr drin, oder? Oh, ist das schön warm. Ich wusste gar nicht, dass man so einen Schlauch auf Wagen kriegt. Herrlich, ah, schön, ah, 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 herrlich. Das tut doch meiner Beere gut. Ich hab zwar leid gekommst, ich schwärzt, aber das geht. Hey, das ist geil, Leute. Chica-Bo-Galaka-Chica-Bo. Ah, herrlich, ah, schön. Ah, ich brauch ein bisschen Leifen hier. Also, bei dem Warmwetter da draußen, da waren gleich mal minus 2 Grad oder so. Ich muss bis heute Abend, nein, morgen Abend, ähm, morgen Abend, nee, heute Abend um 19.30 Uhr geht's los. Und, also, jetzt Samstag. Und, geht bis Sonntagmorgen 3. Vielleicht, dass ich mal 4, 4 Uhr zu Hause bin. Und dann geht's auch noch los, spätseln Nachmittag, mit meinem Vater und unserem Ammo besuchen, die im Pflegeheim ist. Ja, das wird mal ein sehr interessanter Sonntag, würde ich sagen. Ah, herrlich. Ja, wir haben genauso Spaß wie ich. Hier bin ich jetzt gerade und, ah, 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 tschön. Oh, ha, oh, ha, ha, ah, herrlich. Ja, schön, juhu!